Let's get it! Was geht nachher? Marco tritt auf. Vor 20.000 Leuten auf der Waldbühne. Shoutout Materia, er wird ihn draufholen. Nachtswach, lila Wolken, Remix. Wetter bisschen Arsch. Thema Auftritt, Thema Frist. Ja, ich mach Party und hintermach Schaden. Lass dich ziehen. Sie ist wirklich, will dich nach mir, will dich nach Berlin. Die Stimmung ist im Keller. Die Stimmung ist doch super, Digga. Es wurde verschoben. Der Mann, der hat auch richtig Bock. Übertrieben. Den lassen wir. Das ist es. Weiser Mann hat mal gesagt, es ist nie leicht. Gibt's Essen. Gibt's Essen. Wie soll das gehen? Das ist doch passiert, Alter. Ja. Sozialen Gründen. Musste der Mann hier im Parkverbot parken. Das ist nicht schicht direkt mal Polizei bei ihm. Das ist wert, glaub ich. Ja. Digga auch am Start. Ich hab deine Brille nachgekauft. Ja. Ich hab deine Brille nachgekauft. Ja. Ich hab deine Brille nachgekauft. Ja. Schaut das. Nicht so für das Care Package. Ja. Und dir. Und ein halbes Schachtel. Luckys. Shit. Wir laufen zur Location. Den haben wir da. Hey, das hab ich auf Kamera. Sag mal was geht. Ja, was geht. Ja, hast du Bock? Ja, du. Hast du Bock auch, Zuschauer? Schleschgo. Hey Homies da. Hey. Hey. Hey Jungs, Jungs, Jungs. Ich bin aufgeregt. Ja. Es hält sich in Grenzen. Ich hab gehört, wir müssen hier heute nichts tun. Die Aufgabe gebührt unserem Bruder Mako. Von daher. Ihr seht gleich auf jeden Fall die Abwahlbühne zum ersten Mal. Das ist ein interessanter Moment. Schau mal, wie ich da wohnt, sag ich jetzt. What the fuck. Boah. 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 Das ist eine Kulisse. Fuck, der Mann aus Urlaub zurück. Ja, ich hab mich gerade beim Gutes gegen die Scheiße, Alter. Ich zieh die Welt durch meine Augen. Ich bin zurück, Freunde. Seit New York war ich... Bruder, weißt du, wie ich gegessen hab, Freunde? Ich hab fünfmal am Tag gegessen. Oh, ich bin am Start. Oh, jetzt geht... Was geht ihr im Kopf vor so jetzt gerade? Das musst du Shani fragen. Du weißt, was, was? Was geht euch im Kopf vor? Gar nichts gerade. Oh, shit. Was geht mit? Was geht mit? Danke, Martin. Bro, danke, vielmals. Ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Was denn mit der Begründer? Jetzt bringen wir alle bis da oben. Oh, shit. Oh, ich bin ein Finde hier, Liga. Lauter. Starke Mann. Ich bin ein alter 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 Mann. Das gibt jemanden, der gerade alles abräumt. Der gerade auch Platz eins ist überall, aber das ist scheißegal. Er ist der geilste Match auf der Welt. Ich liebe ihn, seine Musik und alles, was er macht und er hat uns seinen Song genommen und deswegen alle Hände hoch für Mako! Let's go! Seid so laut, dass jeder liest! Lass uns den Haufen, Mako! Jungs, versink doch mal! Stell dir auf die Sachen, teilen die Welt auf und bauen ein Palast auf! Leben und Freude, jeden Tag noch Lustigkeit, geben Probleme wie in dem was wir wollen, wollen! Herr sagt, Herr sagt, hast du ein Problem? Komm wir nicht mit großen Armen, die du kennst! Wir trinken auch, verlieren Rast, Paprika Vergold, feiern Hartz, fallen fahr ich auf die Liederwunsch! Ich bin ich kaff, 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 papa, kaff, die Musik wird nur Hartz. Ich geb' lecker, sag ich doch, bleib אלich sein Hartz. Verschlecht, wachsen ich mich wirklich wickel, da Fachz. Ich freu mich alles weg und wo alle ich selber Hasta Hand Hartz. Ich schief mir Sellini. Mach die Antumatum!